Zeit für die Revanche! So Mike! LOL! Ah, ich dachte schon, wie ist denn diese Titel? Ja, guck dir mal meinen unten links an! Wahrscheinlich ist er jetzt dran. Ja, sicher doch einfach. Ja, sicher doch einfach. Aber nicht. Cheesh! Die Money Boy! Cheesh! Der geht schief! Der geht schief! Der geht schief! 1 zu mal! Da gibt's Google-Vorschläge. Google macht mir Angst! Google macht mich krank! Oh, die war wohl nichts, ne? Die war so wunderschön! Du sprengst dich alle zusammen hoch, gell? Ich spreng dich weg, würde ich sagen! Oh, die scheiße Zigeuner! Oh, guck mal, wie jetzt eine Bunkerbombe! Na, Quatsch, Mann! Sowas brauchst du doch nicht, oder? Das ist der erste Strecke von Many! Wow! 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 Das ist die Heilige! Das ist die Heilige! Komm ich darf noch ein Stück nach vorne! Ja! Nein! Die haut mich nicht weg, die haut mich nicht weg! jawoll die hat ihr euch die zwei ich muss die beiden weg holen was machst du nein du vollidiot du schmuck ich erstaunen nein 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 und zwei leben ich wollte eigentlich werden nein bitte 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 habe ich noch einer naja sicher doch alter Mike's was hast du nicht nötig ah die wie steuerstuhlte ist Bullshit Tschüss Was geht bei euch Worms Worms macht krank ok ich bin down du kommst ja nicht weg du kommst ja nicht weg oh 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 muss gut aber schief gehen oder ganz kurz wie ich fliege du bist außerhalb der Map geflogen halt noch also mein neuer ist tot 188 188 188 und nochmal adios amigo so ok wie kriegt ihr beiden jetzt weg ok wie kriegt ihr beiden jetzt weg so jetzt muss mir echt was überlegen hier ne na 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 achat 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 jetzt kommt die alte darmepass auch achat er weiß ich was dann kommt der bogey b Nochmal Leertaste? Und jetzt darfst du steuern. Die kommt sogar noch. Jetzt wird's echt schwierig für dich. Nein, 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 nein. Ist zu laut, Mike? Reggie-Bomb, Alter. Skrillex. Nein, noch eine Runde. Was ist noch eine Runde? Bis es frei ist, meine Lösung. Echt jetzt? Was machst du? Was ist das? Wie geil? Ich grab mich ein. Okay, jetzt müssen wir was echt ausverschicktes überlegen. Nein, nein, du nicht. Du kannst nach rechts... Oh, shit. Bitte geh da voll kaputt, bitte geh kaputt, bitte geh kaputt. Ja! Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Digga, Skrillex tut mir nicht gut. Komm bitte, 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 bitte. Flieg der runter, flieg der runter, flieg der runter. Ja, natürlich flieg ich runter. Ja, ja, ja. Nein! War nicht gut genug. Das macht er wieder eine Pokébomb und ich bin im Arsch. Hals und Beinbruch, bitch. Ich bin für ihn. Was ist das denn? Jawohl, doch, du hast beendet. Faltaschen direkt. Ich meine, der Taschen hat Faltaschen. Ja, genau so. Wohin, gehst du jetzt. Gehst du den saven, oder was, du Pussy? Alter, muss immer noch safe bleiben. Bitch, ich bin safe. Nicht nur lauf, ey. Okay, dein Deutschland auch nicht mehr lang. Safe. Okay. Kann ich die abholen? Ey, Spaß bunkert sich halt. Ey, nein. So ein Schmuck. Okay. Das schaffst du sowieso nicht. Du sollst nicht das Händchen dazu mit deiner Maus. Ich mach's ohne Maus, Digga. Oh, leu. Aber klappt nicht? Nein, klappt nicht. Ja, doch. Nein! Du bringst mich näher zu dir. Dankeschön. Dafür liebe ich dich. Ja, was soll ich machen? Ich muss hier irgendwie versuchen runterzuhauen. Ja, jetzt kommt dann der Waffen-Cash hin, Alter. Oh, shit, Alter. Nein, ich bin nicht da. Nein, nein. Was mach ich? Das macht richtig viel. Richtig, richtig, richtig viel wahr. Jetzt kommt Kamikaze. Warte mal, das wäre eine schöne Idee. Kamikaze. Komm schon, du Pussy. Was ist das denn? Nein! Ich bin so ein Genie. Der steht mir da. Der steht. Nee, oder? Der steht mir echt zu der Sch... Das lustige ist, du kommst nicht mehr raus. Nein! Nicht teleportieren! Das ist ein Witz! Das ist ein Witz! Das ist echt ein Witz, Alter! Das ist ein... Ah, okay, jetzt kann ich Bunker beim Bombe reinwerfen. Vielleicht triffst du dein eigener mit etwas Glück. Na, wird leider nichts möglich sein. Warte mal gucken. Nee, da ist nichts im Weg. Denk dran auf den Bomben drauf. Ja. Komm, bitte geht kaputt, bitte geht kaputt, bitte, 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 bitte... Komm schon, geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt! Komm schon! Buh, fuck! Ja, so wenig. Ich wollte so lange, God Trade doch... Das ist schon ein Witz. Was will ich jetzt machen? Ja. Krass. Ja, was soll ich schon kurz machen, Adler? Oh, Leute. Leute, nein! 7, 6, 7. Oh, Leute, die geht daneben. Das stimmt. Okay, eine trifft. 2, ja. Komm, Mike, bitte. Komm schon, Mike, no risk, no fun. Check mal, was ich alles da hab. Weißt schon. Was bringt der Maulwurf? Äh, der burtelt sich durch, wenn er den setscht. Aber wo genau, oder wie genau, weiß ich nicht. Komm, spring auf deine eigene Kanone. Jawoll, rammeln sie von hinten ab. Das war nur 5 Sekunden. LOL. Jawoll. Jawoll. Nein. Nein. Good job, Mike. Ja, ich muss ja, einer muss das ja aussetzen, was das geht, wahrscheinlich, was da geht. Ja, ich hab nur noch einen, ich kann nicht viel zerschnitten. Warte. 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 Oh oh. Nicht gut. Ja, ich muss ja irgendwie langsam wieder an die Oberfläche kommen. Jetzt könnte ich mir die Hände überlegen. Zeit für Bitch mit Fame. Hol dir doch mal die Waffe-Kische da oben. Machst du das teleport-Shields. Er ist schon teleportieren, oder? Ne, das ist teleport-Shield. Teleportieren wahrscheinlich. Nein, was ist teleportieren? Ja, was ist teleportieren? Ja, ich will schnell sein, jetzt mach dich einfach selber. Hä, was ist teleportieren? Ganz oben rechts ist der rote Knopf. Ja, genau. Da hast du die Wäsche. Eine Schwule-Kacke, Alter. Na, du hast trotzdem ein Schild gemacht, Alter. Ist das, warum wir keine schöne Dinge haben? Das kann wir nicht, sondern gute Dinge haben, Mann. Was bringt mir das Teleport Schild? Durchgeschützt. Also ich kann dich nicht treffen. Forever alone! Forever alone! Nee, mach ich nicht. Ich hab nichts mehr, wa? Tu Idiot, das hätte ich nicht gemacht. Ja, was soll ich denn machen, Digga? Ich komm ja nicht mehr raus. Du sollst einmal schrotzen, du bist tot. Aber nee, ich lass dir Zeit. Das ist Teleport. Komm ein bisschen weiter links. Nee, wir sind weiter rechts. Ich hätte mich voll die geile Idee, aber... Ach komm, scheiße. Versteck mich, Schlange. Ich hab Weg. Alter, rauschen. Okay, jetzt bist du aber down, das weißt du schon, wenn du dich dahin teleportierst. Ja, das kann sein, hab ich was trotzdem. Verstecken ist langweilig, Alter. Ja, ist es. Ja, ne, was krieg ich ne Schrotze. Hehehe. Ah, Abbo-Schrotze. Könnt ihr. Ah, verdammt. Könnt sogar reichen. Na, okay. Hä? Wie wechsle ich Wurm? Tapp. Also zuerst leertaste und dann Tapp. Du musst ihn nochmal auswählen, ne? Genauso. Ja. Ja. Scheißlack, Alter. Ohne Witz, das ist so krank, nur weil ich's nicht check. Ja. So, Mike. Deine letzten Worte. Will ich jetzt machen? Ich bin gut geschützt. Liegt nicht mal weg. Oh, Leute. Nein! Okay, das war gut. Das war gut. Ja, ich hab ne gute Idee gemacht. Ne Idee, Cap. Gute Idee. Mike, wie ist das? Ja, ich bin tot. Und brenn, meine Süße. Über 100 Schaden. Gut. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, da ist dir die Revanche geglückt, Alter. Nochmal, jetzt komm, entscheiden.